Die Seele, ja, die Reise durch das Leben, als Reise nach innen, ja, das Thema all ihrer Filme, warum? Letztlich weiß man ja nicht, worauf man sich einlässt so richtig, wenn man noch nicht in Russland war, man hört viel, man wird gewarnt, aber ein großer Aspekt davon ist, dass man irgendwo hinfährt, wo man eigentlich nie weiß, was einen erwartet, das ist einfach dieses Grenzenspringen, dieses immer weiter weitergehen, immer weiter nach Osten fahren. Äh? Äh! 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 Я вас предупреждаю, понимаете? Вы хотите умереть! А! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.